Hallihallo Hallöchen und ein herzliches Willkommen zurück zu einer weiteren und der voraussichtlich letzten Folge Stranded Deep. Ich weiß noch nicht, wie ihr abgestimmt habt. Ja, und zwar sitzen wir immer noch auf der Nachbarinsel fest. Toll mit den Fledermäusen. Ich mag die irgendwie nicht so. Und wir suchen gerade Steine, damit wir uns auf dem Weg nach Hause machen können. In der Hoffnung, dass wir hier gerade keine Riesenkrabbe finden, treffen und... Weil Steine fehlen uns auf unserer anderen Insel im Moment. Das ist schon das Boot, was wir besucht haben, oder? Da muss hier doch irgendwo die Riesenkrabbe sein, oder nicht? Hier war auf jeden Fall noch eine. Ja, da ist sie doch. Oh, sie da hinten. Ich habe gerade keine Lust, mich mit da anzulegen. Das ist das große Problem. Ich habe jetzt mein Steinchen mitgenommen. Das war es erst mal. So, vielleicht können wir auch gleich noch Stöckchen mitnehmen oder so. Stöckchen fehlen uns nämlich auch dauernd. Da wäre noch ein Stein, aber wir sind voll. Manchmal kommt die auch hierher, die Riesenkrabbe. Ich habe gerade gedacht, das ist die Riesenkrabbe, aber nein, das ist unsere alte, vergammelte leider. So, kann ich da noch irgendwas... Nein, 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 nein. Die könnte ich da reinschmeißen. Ähm, ja, dafür bräuchte ich mir aber tagsüber. Okay, ich würde vielleicht ganz gerne noch mal den hier einfach reinschmeißen. So, dann würde ich ganz gerne noch mal ein paar Stöckchen mitnehmen. Einfach, weil wir es können. Und weil wir es brauchen, leider auch. Schade, dass man nur vier Stöckchen übereinander stacken kann. Aber dann haben wir erst mal wieder acht, ähm, Steine. Und vier Stöckchen, das ist doch auch schon mal was. So, dann ist er schon wieder tags. Ich überlege, ob wir die Krabbe einfach mitnehmen sollen. Was denn? Ich muss Wasser finden. Ja. Ich weiß es doch leider. Wir nehmen die mit. So. Und dann gucken wir mal. Zack, rein damit. Natürlich, da wäre genug Platz im Inventar, wenn er das hier stacken würde. Sieht hier aus wie bei Hempels unterm Sofa. So. Kommen wir hier weg? Nein. Okay, schade. Nicht zu doll wackeln. Ist der Hai hier in der Nähe? Ich sehe ihn gerade nicht. Okay. Kann das sein, dass wir zu schwer sind? Das muss unseren Sölder hinten sein. Oh nein. Das ist nicht gut. Aber egal. Wir müssen darüber. Wir brauchen nämlich ganz dringend was zu trinken. Und das haben wir nur da drüben. Hier müssen wir auch unbedingt nochmal rein. Das heißt, wir müssen auf jeden Fall nochmal hier rein. Ich hoffe, wir gehen nicht unter. Das wäre eine Katastrophe. Dann müsste ich mir alles, was ich mir dort hinten aufgebaut habe, hier auch nochmal aufbauen. Und wir müssen erstmal heil wieder zurückkommen. Apropos heil. So. Aber wir sind schon ziemlich weit unten, ne? Naja, ich bin gespannt. Wir kommen langsam aber sicher voran. Ich hoffe, das läuft nicht allzu sehr voll mit Wasser. Unser Rettungsbötchen. Na hi. Alles gut. Ich hoffe, du hast nicht irgendwie das Bedürfnis, irgendwie ein bisschen an mir rumzuknabbern. Wir können ja ein Deal machen, Hai. Ich knabbern nicht an dir rum und du knabbernst nicht an mir rum, ja? Ne, 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 ne. Den Hai ignorieren wir einfach mal. Lass mich in Ruhe. Ich möchte nicht wissen, was das für eine dramatische Musik ist. Ich will es einfach nicht wissen. Und ich will aber auch nichts hier lassen. Das ist das Problem. Nein. Manchmal schwenkt die Kamera so ab. Ein Motorboot wäre halt unheimlich praktisch, ne? Nein. Ich kann es doch schon sehen. Das ist unsere Insel. Wenn das nicht so ewig lange dauern würde, da rüber zu kommen. Wir könnten natürlich auch immer eine Kiste irgendwie auf unserem Bötchen lassen, ne? Wäre auch eine Idee. Wir brauchen aber auf jeden Fall eine Kiste mit Motorenteilen. Ja, wir kommen langsam. Kommen wir ran. So, jetzt darf nur kein Sturm aufziehen. Das wäre eine absolute Katastrophe jetzt. Ich glaube, dann sind wir verloren. Ich hoffe ja auch, dass das Rettungsboot noch ein bisschen hält, ne? Ich weiß gar nicht, ob das irgendwie begrenzt ist, wie lange das halten kann. Oder, weil wir können ja auch ein Floß bauen. Tag über lebt. Sieben. Eine ganze Woche. Da wird man ja ganz schön seekrank hier. Oh, da ist ein Reifen. Und das heißt, wir können uns so ein Reifendingz bauen. So ein Reifenfloß. Ich weiß nicht, ob das schneller ist, aber... Drei Reifen sind da sogar, ne? Ja. Okay, das ist interessant. Ich habe mich schon gefragt, wo wir die herkriegen sollen. Jo. So. So. Zack. Kommen wir mit hier, Rettungsbötchen. Erstmal nehmen wir die mit. Das ist sogar noch gut. So. Und dann müssen wir zusehen, dass wir was zu trinken kriegen. Aber sofort. So schnell wie möglich. Oh. Dann müssen wir hier das Feuer zum Laufen bringen. Hat mir nicht Stöckchen dabei. Aber kann ich den da reinpacken? Nein, natürlich nicht. Das, nein. Das, nein. Okay. Das können wir aber hier hinpacken. So. Wir brauchen Stöckchen. Hatten wir nicht Stöckchen? Da. Ja. Ach, guck. So. Sehr schön. Guck. So. Dann. Zack. Anzundhölzer. Ah, wir müssen die auch rausnehmen. So. Zack. So. Ähm. Das kann hier wieder rein. So. gekochtes Krabbenfleisch. Gekochtes Krabbenfleisch. So. Und das können wir jetzt erstmal essen. Und dann geht es uns auch wieder besser. Und heute machen wir auf jeden Fall mal einen ruhigen. Muss auf jeden Fall so ein bisschen raus aus der Sonne gerade. Weil ich glaube, Sonne ist gerade nicht so gut. Wir haben erst elf Uhr. Aber. Ja. So. Ich speichere einmal. Das ist mir lieber. Ach ja. Und wir brauchen. Wir haben den Hammer, ne? Stimmt. Sehr schön. So. Stöckchen haben wir jetzt auch. So. Holzfenster. Wir machen erstmal nur eine Holzhütte. Ich denke, das reicht auch fürs Erste. So. Von hier aus können wir auf jeden Fall mal gucken. Das ist schon mal sehr gut. Wir könnten dann auch zur Not sehen, falls irgendwer weiß, was nicht was kommt oder so. Glaube ich zwar nicht, aber ich trau dem Spiel noch nicht so ganz. So. Von den Seiten sind wir schon mal weitestgehend geschützt. Ähm. Was brauchen wir denn noch? Wir haben keine, nicht genügend Stöckchen. Wo war denn unser Bötchen da hinten? So. Hier haben wir ja jetzt ja auch so eine schöne Containerbox da drin. So. Ich hab ein Glas voll Dreck. Ähm. Ja. Nee, nee, nee. Kommst du mal da hinten durch? So. So. Die packe ich mal hier hin. Was war da drin? Ach ja, der ganze Kram. So. Und wir haben die Laterne. Die würde ich ganz gerne... Kann ich die hier irgendwie... Die soll ja ewig halten, ne? Wir brauchen ja auch Dächer. Holz, Dachmitte, Dachecke, Dachkeil, Dachhaube. Ähm. Das heißt, wir brauchen auf jeden Fall... Nee, den brauchen wir. Wir brauchen auf jeden Fall... Steinchen haben wir jetzt auch. Stimmt. Die packen wir mal hier hin. Steinchen. So. Und wir haben doch aber eigentlich auch noch... Ähm... Stöckchen mitgenommen. Ja, haben wir auch. Ich seh die doch von hier. Ein Stein... Stock haben wir verloren. Ah, scheinbar... Nee, doch nicht. Okay. So. Achso, dann können wir das Boot ja auch gleich mitnehmen, ne? Wobei, ich würde da schon noch ganz gerne wieder hinfahren, aber... Ja, ja. So. Sind die eigentlich fertig? Brauchen wir was zu essen? Eigentlich nicht. Aber ich kann mal das Feuer löschen. So. Stoff haben wir jetzt auch. Gucke mal. Packen wir dazu. Ähm... Stöckchen. So. Und ich würde vielleicht ganz gerne einmal... Ähm... Dachecke. Hier oben drauf bauen. Kann ich das noch nicht oben drauf bauen? So. Gucke mal, schick. So. Dann brauchen wir jetzt noch... Da ist eine Axt. Das Problem ist, die Palmen wachsen auch gar nicht so schnell nach, ne? Naja, gut. Ähm... Ich weiß nicht, wie schlau das ist, tatsächlich... Ähm... Wir müssen auch irgendwie vorankommen, ne? Ich weiß, es würde garantiert Sinn machen, das ein bisschen auszulagern. Auf die anderen Inseln und die leer zu looten. Als unsere eigene. Ja, ich muss mich abkühlen, ich weiß. Das ist nämlich das Problem. Man kann sich halt irgendwann nicht mehr abkühlen, ne? Ähm... Baun... Zack. Holzdach-Ecke. Der Hammer ist auf jeden Fall schon mal sehr gut. Oh nein, das hört sich an, als wenn hier schon wieder ein Sturm aufzieht. Oh nein. Ja, so richtig... Geschützt sind wir auf jeden Fall noch nicht hier, ne? Zum Glück fahren wir jetzt nicht zurück. Ich wollte ja eigentlich erst heute Nachmittag zurückfahren, aber naja. Kann ich das nicht hier irgendwie... Irgendwie platzieren oder so? Das wäre super. Oh Gott, hier drin ist das wirklich... ...regenfrei. Das ist ja cool. Ähm... Dann könnte man noch... ...Böden bauen, ne? Na, zum Glück sitzen wir jetzt hier gerade in unserem... ...sicheren Bauwerk. Dann muss der Hammer hin. Nein, wo ist der Hammer? Der hab ich bestimmt wieder irgendwie fallen lassen. Da. Nimm mal den noch so lange. Es reicht ja jetzt auch erstmal hier unsere kleine Hütte, ne? Die wir haben. Ich würde mir vielleicht... Die Sachen müssen wir auf jeden Fall noch einmal... ...hier vorne hinbringen. So. Wir müssen uns jetzt erstmal wieder so ein bisschen klar Schiff kriegen hier. Hm. Die Palme möchte ich ungerne fällen. Die ist schön groß. Auf der anderen Seite ist die Palme schön groß, ne? Das heißt, die bringt auch auf jeden Fall eine Menge Holz mit sich. Ja gut, egal. So. Ein Stein! Ich glaub's nicht. Ich glaub's nicht. Vielleicht sollten wir uns noch mal so einen zweiten Destillerie-Gedöns da bauen. Ach, hier ist noch ein Palmwedel. Hab mich schon gewundert, wo der hin ist. Aber hab gedacht, na gut, dann wirft die halt nur vier ab. So. Axt. Komm doch mal mit, Palme. Mensch. So. Auf zu unserem Häuschen. So. So. Tag. So, ja, die bringt natürlich eine Menge Holz jetzt hier, die Palme, ne? Das ist natürlich schon... Aber so die Großpalmen, ja, die spenden natürlich auch viel Feuchtigkeit, viel Schatten. So, erst einmal baue ich hier mal ein bisschen weiter. Ja, ähm, C bauen. Wir brauchen auf jeden Fall eine Tür. Ja, ich mach die hier vorne hin. So, dann brauchen wir ein... Ne, eine Holzwand. So, und dann brauchen wir noch ein Holzdach. Zack, zack. So, geschützt. Ähm. Nein, ich hab das ausgemacht. Da ist sie. Ja, hier ist doch gemütlich in unserem kleinen Häuslein. Könnt ihr irgendwie auch... Wir könnten auch irgendwie... Konnten wir auch, ähm... Wer ist das hier gleich? Betten auf jeden Fall, brauchen wir auch. Vier. Wie geht's uns allgemein? Ja, ist okay. Wir müssen auch, glaube ich, mal schlafen, ne? Ich glaube, dadurch... Ähm... Kann ich mir vorstellen, dass es dadurch uns auch wieder besser geht, wenn wir schlafen. Ah, ich bin gespannt. Also, es ist auf jeden Fall schon mal früh morgens. So. Unser Häuschen steht da. Ähm... Wir könnten eine Tür machen. Ich weiß aber ehrlich gesagt nicht, warum wir eine Tür machen sollten. Wir haben nichts, was irgendwie stört oder sowas. Da müssen wir nur wieder... Stöckchen für verschwenden. Ich überlege tatsächlich eher... Gerade... Ähm... Hier... War das hier? Nee. Ähm... Da, Bett. Leder brauchen wir dafür. Stoff haben wir? Das ist gar kein Problem. Leder haben wir halt nicht, ne? Ja, das Reifenfundament. Schwimmerfloßfundament. Das haben wir doch auch. Ähm... Ähm... Ah, guck mal, und hier? Ah. Flussüberdachung, Flussanker, Flusssegel. Flussruder, Flussmotor. So, das haben wir. Haben wir auch? Was haben wir auch? Das haben wir noch nicht. Und das haben wir noch nicht. Okay. Ach, für ein Gyrokopter. Gyrokopterrotoren. Okay, also man kann tatsächlich noch eine ganze Menge bauen. Das ist ja mal verrückt. Okay, das ist also die Einheit. Da würde ich tatsächlich entweder die Schwimmer oder die Reifenfluss... Wir können auch Reifenfluseinheit machen, ne? Wobei, dann haben wir tatsächlich nur Platz für einen Flussboden, ne? Mmh... 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 Holzpflanzbeet. Kokosflasche, Aloe-Salbe. Was können wir denn da mitmachen? Weiß ich auch noch nicht so ganz. Mmh... Ich bin jetzt einfach mal ein bisschen da drauf und dran. Einfach nochmal ein bisschen Schnüre zu farmen. Weil Schnüre, glaube ich, brauchen wir immer. Und unsere Pflanzen sind gerade nachgewachsen. Das ist schon mal sehr gut. Wie geht's uns eigentlich? Okay, wir müssen was trinken. So, das ist aber kein Problem. So. So. Ähm... Da. Zum Glück wachsen die nach. Das habe ich ja auch noch nicht so ganz gewusst. Aber die wachsen zum Glück nach. Sodass wir hier nicht unbedingt die Palmsetzlinge opfern müssen. Weil ich erhoffe mir ja dadurch, dass dort neue Palmen tatsächlich wachsen, ne? Also es wäre super, weil Palmen sind hier so langsam, aber sicher... Äh... Ja. Nicht mehr so reichlich gesät. Die haben wir schon ziemlich ausgedünnt. Die Palmen. So. Und dann machen wir gleich ein paar Seile. Das ist auch ganz gut. So. Ach, guck mal, da unten. Da liegt auch noch mal was. Blätter faserig. Ähm, C. Seile. Schnurr brauchen wir. Eins, zwei, drei, vier. Okay, mehr können wir nicht herstellen. Ähm... Kann ich die in die Dings packen? Boah, natürlich nicht. Ja, dann packe ich die hier hin. Am Strand sieht man das halt einfach besser, ne? Das ist das große Problem. So. Dann haben wir Schnüre schon mal. Ähm... Ich würde vielleicht tatsächlich mal hier so ein bisschen was essen. Wie sieht das jetzt bei uns aus? Ja, komm. Dann essen wir das auch noch. Und dann ist das so. Und dann, ähm... Haben wir hier noch den Fischer. Dings. Ach, guck mal, da haben wir auch noch Stöckchen. Das ist ja gut zu wissen. So. Ah, wir wollen hier mit, äh... Dings angeben. Hätte ich fast gesagt. So. Fischen. So. Sehr schön. Ähm... Ähm... Sardinchen. Einmal häuten. Ja. Und dann machen wir nämlich mal das Feuerchen an. Und dann bereiten wir nämlich einfach mal ein bisschen die Fische vor. So. Ja. Ja, so langsam sieht das doch ganz gut aus hier. So. Einmal Anzundholzer. So. Zack. Perfekt. So. Dann, äh... Brät dort jetzt der Fisch. Hier haben wir unser kleines Häuschen. Sogar mit, ähm... Ähm... Mit Licht. Sehr schön. Und als nächstes müssen wir auf jeden Fall mal angehen, dass wir vielleicht mal... Ähm... Wo war das denn? Da, das Bett angehen, ne? Mit, äh... Den Stoff haben wir zusammen. Das sind sogar drei Stück. Und, ähm... Ja, Leder. Das ist das große Problem noch. Holz ist ja auch nicht so unbedingt das Problem. Aber halt Leder, ne? Leder hatten wir, glaube ich, einen einzigen... Ne. Eigentlich hatten wir einen Leder, aber ich weiß nicht, ob er irgendwo untergekommen ist. Vielleicht. Guck mal, hier wäre auch noch einmal Stoff. Ach, das heißt, der Stoff, der passt da rein, ja? Ah, gut zu wissen. Okay, dann haben wir sogar viermal Stoff. Sehr schön, gut zu wissen. So. So. Jetzt warten wir nur noch auf den Fisch. Dass er Klingen macht. Hm. Unsere Gesundheit ist relativ niedrig, ne? Schiene. Und dann hänge ich jetzt noch einmal den anderen Fisch da dran. So. Kochen. Okay. Sehr schön. Gut. Also, ich speichere jetzt noch einmal. Und, ähm... Ich bin gespannt, ob wir das noch eine weitere Woche spielen wollen oder nicht. Ich sage auf jeden Fall jetzt erstmal vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zur nächsten Folge dann. Oder bis zum nächsten Spiel. Ich weiß es nicht. Bis dann. Tschüss. 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 Tschüss.